Kameraden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evoland 2 und wir haben, wir sind jetzt den Alpha hier, wir haben den Alpha hier jetzt bestiegen und sind jetzt oben angekommen und ähm, oh, da ist, da ist eine Truhe, okay, und ähm, Fisch, das könnten Fische sein, aber ne, das schwimmt irgendwie, fliegt irgendwie drüber, ähm, hier geht's nicht weiter, dann müssen wir wohl, dann müssen wir wohl, das sieht auch irgendwie komisch aus, sieht aus wie eine Schaltfläche, Müssen wir wohl, ah, okay, hier ist eine Maschine im Busch, ich würde behaupten, okay, was ist diese? Berit, sag bloß nicht, ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist, Zur Abwechslung bin ich ganz der Meinung von Fräulein Aurora, dieses Gerät sieht gefährlich aus Es muss einen anderen Weg in die Pyramide geben Ja, einen anderen Weg, natürlich, genau danach werden wir suchen Hm, ich, ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen Weg Oh nein, Boss, helft mir, ich will auf keinen Fall fliegen, jedenfalls nicht in dieser Maschine Hm, ich, ich würde es vielleicht versuchen, aber nur, um euch zufriedenzustellen, Berit Das liegt von der Aurora Hm Geil Drum 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 Ballermodus gefunden, geil Ich kann auch, ich kann Ballern, guck dir das an, Junge Geile, Erfahrung Wo ist das? Geil Das ist Leben Das ist Gold Das ist das und das und das und das und das und das und das Das wirst du auch So Komm schon Oh fack Dann sind wir uns getroffen Die machen ganz schön, wow, die machen ganz schön viele gedöhnt, ne so so jetzt kriegt ihr auf die nüsse hier sagt sagt das gesicht das und das jetzt habe ich wieder leben hier zack so noch mal ein bisschen leben und du hast du gibst jetzt erfahrung kommen her mit der erfahrung jawohl na wer wir jetzt kommt ruhig ran wir müssen uns ein bisschen auf ein paar konzentrieren damit nicht so viel auf einmal schießen können andererseits können wir jetzt schießen los los einmal so meine erfahrung so wer kann mir denn wasser das ist ziemlich geil es macht ziemlich spaß noch genug genug leben kriegen wir hier beim bamm guckt ja das an junger hier frisst das scheiße ich finde das macht spaß war moment jetzt habe ich ein bisschen gold vergessen wo sind die gegner du sind die gegner kommt schon still mehr hallo alter was geht denn hier ab oh mein gott scheiße hoffentlich muss ich die ganzen scheißes nicht normal machen doch nicht so jetzt kriegt er einfach so richtig alle rein einfach schön ins gesicht dem müssen wir ein bisschen ausweichen ich muss mich mehr darauf konzentrieren den schüssel auszuweichen anstatt hier selber er ist gleich tot jetzt nehme ich jawohl ein genuss jetzt fliege ich wahrscheinlich nur noch ein bisschen und warte bis wir da sind würde ich behaupten oh ne da will doch wer oh 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 ficke das brauche ich das 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 erfahrung wäre mir irgendwie lieber ich weiß auch nicht warum ich versuche mal primär den geschossen auszuweichen level up mehr leben wenn es jetzt geht und sekundär also ich schieße einfach nebenbei und irgendwas hat sich bestimmt sieht man ja ich finde das mit diesem schießupgrade ziemlich geil oh mein gott ist das viel das mit dem den geschossen ausweichen gelingt mir auch nur so ein bisschen aber spaß macht es trotzdem hey hey ich will dich treffen verwegt danke spaß fand ich wohl da bin oh noch eine welle oh die schon wieder wir sind doof erst mal durch die reine schnitzen egal wo ich hinschieße ich treffe immer den richtigen ja boh ja boh ja boh ja boh ja boh ja boh Oh, Leben, 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 Leben. Alles mein Leben. Ich hab volles Leben. Das ist gut. Boah, da kannst du nicht ausweichen. Ich wollte jetzt aber wissen, oder? Oh, das ist gut. Ah, nicht mehr wie du schon. Oh Gott, schon wieder wer? Alter, what the fuck? Alter, was ist das denn? Der ist maximal schwerer. Ja, das könnt ihr nochmal machen. Alter, ist der schwer. What the fuck? Alter, ist das denn? Alter, ist das denn? Nichts aufsteffen, das ist ein Junge. Junge, 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 Junge. Schnellere Daumen, um besser schießen zu können. Viel ist nicht gut hier. Schnellere Daumen. Ich habe das der Zeit lang ganz gut gemacht, dann bin ich wieder eingebrochen und jetzt, so, 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 so. Boah, ist das knapp, eier. Oh, wow. Gut durchmanövriert, Junge, Junge. Schon. Oh, ist das knapp. Komm schon. Schon, da muss doch was gehen jetzt. Jawohl. Puh, war das knapp. Uiuiuiui. Leck mich am Arsch. Puh. Okay. Da ist ein Bomber. Die werden größer, wenn man sie trifft, ich kenne die. Wäre schön, wenn die mir nicht so nah kommen. Puh. Auch mal ein bisschen schneller werden jetzt mit dem Schießen hier rein, müssen sie sich lösen. Äh, Pflichten, wollte ich sagen. Junge. ETF. Exzellent. Oh. Stürbst du jetzt? Danke. Wie lange das mal auch geht. Oh. 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 Geil, Leben geht aber noch. Level Up! Geil! Ja, wieder. Ah, hier. Maximal, Junge, maximal. Maximale Ausbeute. So, kann mal der Bomber explodieren? Dann macht er allen Schaden gefühlt. War noch nie so gut in dem Spiel. Spacier-Way, das ist es damals, glaube ich, oder? Früher war ich nicht so gut. Na ihr? Vorher, hier lohnt es sich fast gar nicht, dass ich meinen Dreier-Schuss... Oh, warte mal. Der baut sich hier ab. Ist ja doof. Das ist wirklich sehr langartig gerade. Was ist das? Was ist das? BAM 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 Hier, fress Scheiße Sehr gut Ich hab Gott schön leben gelassen Ich hab die ganze Reihe zwischen die Kreaturen geschossen Ey, was zur Hölle Ich hab die Kreaturen Ich hab die Kreaturen Ich hab die Kreaturen Alter, so weit wie wir inzwischen geflogen sind Sind wir doch schon da mal um die Welt geflogen, oder? So Wir haben Leben plus gemacht Definitiv Jetzt kommt wieder ein Boss Jawohl Ich hab die Kreaturen Der war ja unangenehm Ich möchte fortfahren Ey, wir sind bei 20 Minuten Sag mal Verarsch mich nicht Boah, fast Oh, ich verstehe Danke dafür Ich glaube Das wird wieder daneben gehen Oh, du hotfuck ey Oh ja Leben, 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 leben Ich brauche Leben Wir sehen uns in der nächsten Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Hoffentlich Kriegen wir den in der nächsten Folge hin Mein Gott, ist das langartig Also bis zum nächsten Mal Bis dann, euer Bereth Tschüss Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge